Es tut mir leid, dass ich so unhöflich bin, aber ich muss jetzt dringend los. Ich habe eine Probe. Spielst du Theater? Nein, klingt ein bisschen doof. Ich probe für eine Hundeshow. Oh, du bist ein Showhund? Darum hast du so einen perfekt frisierten Anus. Dankeschön. Nein, ich danke dir. Er ist perfekt. Ich wette, jedes Mal, wenn man ihn beschnuppern will, muss man innehalten und ihn bewundern. Ich bitte dich, Brian. Jede Dame muss ihre Geheimnisse haben. Mann, die ist unfassbar gut.